So, hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Let's Drive mit mir hier im ETS 2. Ja, ich habe mir einen neuen LKW gegönnt, wieder einen Volvo, weil mir die einfach sympathisch sind. Und ja, ich habe bereits einen Auftrag gestartet, war wieder knapp 600 km von meinem Auftragsziel entfernt. Dacht mir, hey, ich habe gerade Bock und deshalb nehme ich das jetzt auf. Und wir transportieren heute Bauholz nach Plymouth. Auch ein Auto gibt es, das Plymouth heißt. Aber egal, Plymouth Q da. Ist wurscht. Ich starte mal den Motor und mache die Handbremse raus, leg den vierten Gang ein und dann geht es los. Ich sollte schauen, bevor ich abbiege. Links ist frei. Rechts auch, meine FPS droppen, das ist auch sehr schön. So, ich fahre mit deinem komischen Peugeot. Ich fahre hier nur kurz aus der Stadt raus, dann kann ich frei quatschen und ich werde gerade zu getextet in WhatsApp. Kommt keiner, okay. Weil ich habe da unten jetzt, unten rechts, neben meinem großen Navi, so ein kleines Display, wo mir das Ganze nochmal angezeigt wird. Deshalb kann ich das große Navi jetzt so klein machen. Eigentlich könnte ich es auch so ein bisschen... genau. So, 54 Tempomaten rein. Und ja, heute ist das Thema... Das wird wahrscheinlich nicht den ganzen Part ausfüllen. Was ich so von großen YouTubern halte, beziehungsweise ob ich, ob es auch welche gibt, die ich ab und an mal schaue. Ähm, jetzt ist... Der bremst, der bremst, der bremst, der bremst. Alter! Bist du das Wahnsinn, du bist damit... Der wird aus dem Stand auf die Autobahn ausfahren. Mit einem LKW. Wo hast du deinen Führerschein gemacht, Kollege? Weil... Siehste, siehste, die lassen dich sogar rein. Und wenn nicht, dann halt auf der Standspur weiter beschleunigen. Hallo? Meine, machst du den Echt auch nicht. Ich fährst einfach mal auf der Standspur weiter, wenn es einer hat. Ansonsten musst du natürlich bremsen. Weil, ähm, mit 0 kmh kommst du nicht auf den, äh, Highway drauf, auf der Autobahn. Außer du hast ein Auto mit sehr guter Beschleunigung. Mit verdammt guter Beschleunigung. Oder Platz. Dann geht's. Ähm, ich hab ein bisschen eine Playlist, äh, neu gemacht. Hat auch, glaub ich, Gamer-Musik dabei. Hauptsächlich Dubstep und zu Freestyle-Rap-Zeugs. Was ihr jetzt gerade hört, ist E-Double. Ähm, also E-Bin-Schicht-Double. Ähm, ganz geil, finde ich. Ich hab's nicht gemacht. Der LPN hört das auch viel. Sind wir auch gleich bei dem YouTuber, den ich am meisten guck. Ähm, ich muss, glaub ich, drüber, ne? Äh, nein, okay. Es gibt so komische Autobahnabfahrten. Da geht die rechte Spur weg und die linke bleibt. Ähm, genau. Ich hoffe, die Musik passt. Wenn ihr, ähm, jemanden kennt oder jemanden oder einen kennt, der halt copyrightfreie Musik macht, immer her damit. Ich hör mir die Musik dann gerne mal an und vielleicht ist sie dann im nächsten Part drin. Wer weiß. Ähm, ja. Großen YouTuber. Was halte ich von großen YouTuber? Also, ich denk, ich fahr mal beim... grössten aller deutschen Let's Player an. Weil ich schaue eigentlich groß... zu 99,99% schaue ich eigentlich nur, ähm, Let's Plays an. Vom LPN, seinen Relive-Kanal, hab ich noch, äh, noch abonniert. Der macht dann halt aber auch so, so... Autolog nennt's er sehr, und bei mir ist es jetzt halt das Let's Drive. Sobald ich ein Auto hab, wird das Ganze hier mit, mit Web, also mit Cam, mit einem Auto, mit Fratze und so gemacht. Aber jetzt hab ich halt noch kein Auto. Kein Führerschein. Dann muss ich's so machen. Und nein, Fratze kriegt er trotzdem nicht. Ähm, noch nicht. Ähm, das guck ich halt, das ist ein bisschen Relive, ähm, von den Let's Playern. Und ich guck vom Philipp Steuer, dem Cousin vom LPN. Der macht so News-Videos, so halt die lustigsten Nachrichten. Und das find ich verdammt gut. Also, ich find, es ist verdammt lustig gemacht. Halt so ein bisschen Infos in so, so witzige Art verpackt, in so eine kleine Art. Ja, es ist so Fun-Nachricht. Nichts Ernsthaftes, sondern so ein bisschen Fun. Ja, und ich war immer noch zu schnell. Das ist mir immer noch wurscht. Sollte es mir vielleicht nicht. Danke. Ähm, ja, von großen YouTubern, es kommt drauf an, wen ihr meint. Also, Gronkh hat ein bisschen auf mich jetzt... Ähm, was soll ich sagen? So einen Gemischen-Eindruck gemacht. Also, in echt ist er sicher ein ganz cooler Typ. Wenn man ihn zum Beispiel auf Gamescom trifft, ist er sicherlich ganz... Ganz okay. Genauso wie der Sarata. Gut, müssen sie ja. Weil sonst PR im Arsch. Aber in Let's Plays, muss ich ganz ehrlich sagen, schau ich nicht gern von ihm. Weil seine Kommentierart ist nicht so wirklich meins. Äh, gut. Ich muss ehrlich sagen, ich hab noch nie groß was geschaut von ihm. Muss ich... Außer halt GTA 5. Und GTA 5, äh, Together... Hat dann schon halt Spaß gemacht. Aber ich hab nach 50 Folgen oder so, hab ich dann die Faxen auch dicke. Genauso wie bei seinem Minecraft. Bei wie viel Part ist er jetzt? 1200? Irgend so was. Viel zu viele. Ähm. Guck ich mir nicht an. Ne, also ich denke, er ist ganz okay, der Typ, äh, wenn man ihn so trifft und so. Aber... Ich schau ihn jetzt nicht. Ah, der wägt ab. Okay, ich soll vielleicht mal auf den Blinker achten das nächste Mal. Ähm. Und... Und... Ja. Genau. Dann... Größere YouTuber. Wen kenn ich noch? Ich kenn... Einen Haufen kenn ich überhaupt nicht. Nico hat letztens mal zwei aufgezählt. Und... Muss ich fragen, äh, wer ist das? Müssen wir die kennen? Upp, das ging grad so. Ähm... Was ich lange Zeit geschaut hab, war Dena. Dena ist dem meisten sicher auch ein Begriff. Muss ich aber sagen, der hat... Hm. Ich hab den nicht wirklich gern geschaut. Ich hab ihn halt geschaut, weil er war der erste, der einzige, den ich gefunden hab erst. Der GTA 5 Online gemacht hat, zusammen mit Kev. Es war auch erst noch ganz lustig. Aber weiß auch nicht. Es macht für mich so einen komischen Eindruck. Ich weiß nicht. Ich kann's schlecht beschreiben, aber... Es halt... Ich schau's nicht gerne. Ist halt zu meiner Ansicht. Wenn ihr gerne Dena schaut, dann... Schaut Dena. Ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ist eure Entscheidung, eure Zeit. Ähm... Hab ich jetzt die Handbremse gelöst? Ja, okay. Ähm... Und ja. Die größten YouTuber, die ich schaue, sind halt... Ist er wirklich der Let's Play Noob. Er ist ziemlich der einzige YouTuber, den ich aktuell aktiv schaue. Und der Michel von P1TV. Also P1TV heißt sein Kanal. Das sind eigentlich zwei Partner, also... Die kennen sich auch privat. Ähm... Hier kommt eigentlich nie ein Auto. Ähm... Auch diesmal nicht. Ich weiß, hier müsste ich eigentlich nicht blinken. Ich mach's trotzdem, weil ich Spaß dran hab. Und jetzt sind wir in England und wir müssen darauf achten, dass wir auf der falschen Spur fahren. Für uns. England ist die richtige Spur. Ähm... Der PS ist vielleicht nicht ganz so Racing-mäßig, aber... Ähm... Er ist halt generell auch so eher wie ich. So ein bisschen Auto-Fanatiker. Und ich sollte hier stehen bleiben. Ähm... Gött. Ich muss halt einfach gucken, dass der Hänger nicht hängen bleibt. Höhöhö. Ähm... Ich muss halt einfach gucken, dass der Hänger nicht reinlassen. Genau. Der Michel, der macht ja auch so ein bisschen, ähm... Was sagen wir noch? Das ist so... Rennspiele auch. Und das... Passt mir halt auch recht gut. Ähm... Vor allem auch... Ach, es sind ja Meilen. Ich muss halt immer umrechnen. 50 Meilen sind nicht 50 kmh. Ähm... Ja, das gefällt mir halt einfach. Die Racing-Spiele... Ich weiß auch nicht. Es fasziniert mich halt. Ups. Ähm... Ja, hier fahre ich dann mal... Regelkonform. Außer über Land. Ich seh es nicht ein, wieso ich mit 64 Meilen hier umhertuckern soll. Ähm... Ist ein Bursch. Ich spiele halt das gerne, weil es ist... Es sind Sachen, die ich in echt wahrscheinlich nie machen werde. Machen kann. Weil in echt habe ich denke ich nie, dass wir genügen... Irgendwie mit einem Lamborghini durch die Gegend zu ballern. Oder mit... Ist auch nicht. So Trucker, was auch nicht. Ich glaube, das werde ich auch nie machen. Und vor allem... Hier ist einfach virtuell. Ich kann mir meine eigene Firma aufbauen. By the way, ich habe schon eigene Mitarbeiter. Deshalb der neue LKW. Weil der andere LKW da hat... Aufstoßen. Hoppala. Den hat jetzt mein anderer Mitarbeiter. Und ja. Ne. Auf jeden Fall. Ist halt das klar. Battlefield. Ich hoffe es nicht, dass ich irgendwann im Krieg bin. Deshalb spiele ich das eigentlich auch nicht. Weil... Das ist auch nicht. So Baller... So Ego-Shooter-Spiele. Je nachdem, wie sie... Wenn sie gut gemacht sind, dann... Erreißt es mich dann schon. Ich habe mir auch letztens Max Payne 3 gekauft, weil es Aktion war auf Steam. Sonst hätte ich es mir auch nicht geholt. Und ich muss jetzt im Nachhinein sagen, doch. Der hat sich gelohnt. Der Kauf. Da kommt mir ein Auto entgegen. Kann ich überholen. Ich lasse es. Fährt der jetzt wirklich? 64 kmh. Gut, davon dann kommt... Wird eh zu zweispurig. Ja. So Shooter... Interessiert mich nicht so arg wie... Eben halt Racing Games. Shooter... Eben. Wenn es eine gute Story hat, okay. Ich spiele gerne halt einfach Story. Online... Hm. Gut. Je nach... Wenn man Kumpels hat, mit denen man online spielen kann, okay. Aber bei den meisten Racing Games ist es halt wirklich so. Bestes Beispiel, Need for Speed World. Es gibt halt einen Haufen Kinder. Die können nicht verlieren. Die rahmen dich halt einfach weg. Und durch den ganzen Internet-Lag und ein Gedönse... Ist es dann halt einfach instant in der Wand. Und das finde ich nicht so toll. Wenn du irgendwie mit einem aufgetunten Skyline gegen eine Golf-Serie verlierst, ist es irgendwie... Hm. Nicht so pralle. Deshalb, ja. Wie bin ich denn auf das gekommen? Wir waren ja eigentlich bei YouTuber, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm. Ähm. LPN. Oh. 50. Blitzer. Ich sollte bremsen. Äh. 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 LPN schaue ich. Dann schaue ich noch eben den Michel. Und vor allem, das sind ja beide auch so Rallye-Fanatiker. Ich bin ja... Wer es nicht weiß, ich bin ein übelster Rallye-Fan. Deshalb erst das Auto wahrscheinlich ein Impreza. Äh. Äh. Wenn es klappt. Ich will noch nichts verraten. Noch nicht. Äh. So viele Hoffnungen mir machen. Aber. Es ist geplant. Äh. Dass ich mir ein Impreza Turbo kaufe. Nicht ein WRX, weil der Turbo ist ein bisschen günstiger. Und es gibt es mehr. Und vor allem ist die alte Optik. Ich finde den alten hingekrieg schöner. Das sind neun. Das sind die neun. Also so. Ab 2000 sind sie immer hässlicher geworden, finde ich. Der 2005 war, der geht noch. Bis 2005 ist noch schön. Ähm. Der aktuelle, der jetzt draußen ist, der ist so... Ne, geht so. Der, der vorher war, der... Mh. Mh. Da ist ein bisschen zu rund. Ein Impreza muss kantig. Der muss Ecken haben. Der muss kantig sein. So richtig... Weißt du? So... Angriff. Ja. Auf jeden Fall. Ähm. Das schaue ich dann... Was schaue ich noch? Falls ihn jemand kennt, Yizuanji. Ähm. Einfach mal schauen. Ähm. J-I-S-U-A-J-I. A-N-J-I. So. Yizuanji, das heißt übersetzt, glaube ich, auf Chinesisch oder irgendwie sowas. Heißt das Computer? Ich... Weiß auch nicht. Der hat sich irgendwie gedacht, mit seinem Namen. Hey, ich mach was mit Computer. Was heißt das in Chinesisch? Yizuanji. Läuft. Ähm. Geile Idee. Also ich bin nicht auf die Idee gekommen. Ähm. Und... Ja. Der macht auch ganz coole Videos, finde ich. Vor allem... Er macht sie so locker. Er macht sie so lässig. Und das ist einfach... Trotzdem mit einem... Gesunden... Mit einer gesunden Portion Professionalität. Aber beim LPN ist er eher so... So ein bisschen Fun, so ein bisschen... Weil er ist... Ist halt auch so ein Hobby, genau wie es für mich eins ist. Ähm. Er hat Spaß dran. Er macht es halt wirklich... Aus Freude. Nicht, weil er irgendwie muss. Gut, der LPN muss es sogar machen, weil... Geldtechnisch ist er anscheinend darauf angewiesen. Gut. Stimme ich auch nicht. Ehrlich gesagt. Ähm. Werden da für so ein Hobby Geld abkassiert. Mich kostet es nicht. Mich soll es nicht jucken. Schaue ich... Tue ich mir auch noch die 5 Sekunden Werbung an. Ist mir ehrlich gesagt... Gesagt Latte. Ähm. Und ja. Das schaue ich halt. Dann was... Was gucke ich noch? Eigentlich so nichts, ne? Ähm. PS-Profis schaue ich natürlich. Auch auf YouTube. Dann Motorvision schaue ich zum Teil noch. So neue Autotests. Aber Motorvision... Da muss ich mir immer mehr den Kopf schütteln, weil... Wenn ein VW... In einem Test dabei ist, wird zu 99,9% der VW besser. Frag mich nicht, wieso. Die anderen können noch so gut sein. Der VW gewinnt. Wieso? Weiß kein Mensch. Ich will jetzt nicht behaupten oder so. Aber der VW gewinnt immer. War da irgendwie eine Geschwindigkeit angeschrieben, weil die Kurve ist ziemlich eng. Er hat eng gesagt. Ähm. Ja. Das ist halt... Das so. Würde mich mal interessieren, was ihr so für YouTuber schaut. Also... Ne? Meine Brüder labern dauernd von irgendwelchen Con-Crafters und sowieso. Bei diesem Namen Con-Crafter... Allein mit Crafters... Bei mir die Alarmglocken... Minecraft... Nein. Mag ich nicht. Ähm. Ich spiele ab und zu gerne Minecraft, wenn ich mal wieder so eine Phase habe. Äh. Ich glaube da vorne regnet es. Egal. Ähm. Kann ich dann den Wischern machen? Ähm. Minecraft... Ne. Also let's playen... Ne. Also let's play schauen vor allem. Selber... Äh. Es fängt dann zu regnen. Geil. Ähm. Selbst spielen... Okay. Wenn ich mal so Lust habe. Aber... Gucken... Ne. Ne. Ganz ehrlich. Das ist mir zu langweilig. Was ich da noch rein? Ich weiß. Ich fahre mit dem LKW auf der rechten Spur mit 150 Sachen. Macht man in echt nicht. Aber... Ist ja alles nur virtuell. So. Komm. Fahr mit deinem Lieferwagen. Komm. Jetzt. Fahr. Ach. Da vorne ist noch eine Schnarchnase. Schieb ihn mal ein bisschen an. Komm. Fahr. Alter. Windschatten bringt mir nichts. Mein Koffer ist ein bisschen höher als deiner. Komm jetzt. Jetzt ist er zu blöd. Ähm. Ja. Guck. Jetzt gibt er Gas. Jetzt gehen wir mal rüber. Lassen wir den anderen rein. Ja. Ich bin sozialer Autofahrer. LKW-Fahrer. Äh. Der bremst. Der bremst. Der bremst. Der bremst. Weil. Limite. Speed Limit. Ja. Ich denke das Thema ist abgehackt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Das bezüglich. Zögert nicht. Ist in die Kommentare zu schreiben. Genauso wie neue Themen. Ähm. Schreibt mir neue Themen in die Kommentare. Ach ja. Was ich auch noch vergessen habe. Ähm. In den Kommentaren wird dauernd gefragt wegen Online. ETS Online. Multiplayer. Werde ich nicht spielen. Vorerst. Ganz ehrlich. Habe ich keinen Nerv zu. Keine Lust mehr. Irgendwie da. Das einzurichten. Letzt. Ähm. Aktuell. Ja. Spiele ich momentan. Werde ich momentan nicht spielen. Ich hoffe das beim American Truck Simulator. Das jetzt direkt. Im Spiel selbst eingebettet haben. Weil bei ETS ist es nur so ein Mod. Äh. Geil. Jetzt wird es einspurig. Ja. Fuck this shit. Nein. Du ziehst jetzt nicht rein. Dummer Mini. Danke. Okay. Ja. Das hat jetzt extrem viel gebracht. Ähm. Ja. Genau. Also ich werde nicht Online spielen. Und mit dem YouTuber denke ich ist jetzt auch abgehackt. Dann drehe ich aber noch ein bisschen freie Schnauze. Ähm. Eben. Bezüglich dem. Dem. Wagen was ich mir holen will. Ich habe mir jetzt. Äh. Entschieden. Ich will. Was von Subaru. Also ich denke ich. Es wird ein Impreza Turbo. Weil da kriegt man doch für ein anständiges Geld noch anständiges Material. Man muss ein bisschen schauen. Ein bisschen verhandeln. Ähm. Mit den Händlern. Aber dann geht's doch. Vor allem. Was man schauen muss einfach. Ähm. Die Problematik die. Bei so einem Impreza halt ist. Ist das Getriebe. Soviel ich weiß. Oh. Wir sollten pennen. Ähm. Soviel. Also. Wie ich gehört habe. Ist der Schwachpunkt von Impreza. Das Getriebe. Ist ein bisschen zu weich. Ich bin kein Fachmann. Gehört. Ähm. Der Motor. Und für sich. Wenn man ihn ein bisschen hegt und pflegt. Macht er keine Mucken. Und. Die Exemplare die ich mir angeschaut habe. Werden eh nicht unter 120.000 Kilometer haben. Da muss man halt alles ein bisschen anschauen. Also Motor. Es sollte bei dieser Laufleistung noch keine allzu großen Zicken machen. Wenn er gewartet wurde. Dann. Getriebe muss man halt ein bisschen anschauen. Ähm. Kupplung. Dass die noch gut ist. Ähm. Weil ich will den Wagen halt fahren. Und. Nicht. Ganz sofort Probleme haben. Also ich will sicherlich. Ähm. Ich habe mir so eine Messlatte gesteckt. Dass ich halt einfach ein Jahr mit dem Ding fahren will. Ohne dass ich irgendwas ersetzen muss. Einfach normalen Service. Normal Verschleißteile. Ist klar. Aber halt nicht in größere Reparaturen machen muss. Das habe ich keinen Bock. Dass ich mir ein Auto kaufe. Und dann direkt. Zu Bastelboote degradieren muss. Ähm. Ja. Kinders. Wie machen wir das jetzt? Ach. Die Betten sind eh da vorne. Parkplätze. Ja gut. Das Bett ist im LKW drin. Ähm. Perfekt. Geparkt. Bremse rein. Motor aus. Und Penn. Joda Nacht. So. Und Jordan unten rechts hat schon wieder für uns was eingefahren. Kommt keiner. Okay. Kommt da einer. Nein. Genau. Also ich werde mir auf jeden Fall meinen, ähm, unseren Automechaniker schnappen. Und mit dem da irgendwas zu den Händlern gucken. Weil wir gehen jetzt seit, ich denken kann, schon seit, bevor ich auf die Welt kam, sind meine Eltern zudem in die Garage gefahren, weil es halt einfach ein fairer Autohändler ist. Ähm. Bei dem merkst du halt wirklich, er macht's, er hat Erfahrung, er hat, er sieht einem Auto fast an, dass das Taco ist oder nicht. Ähm. Und er sagt es dir dann auch. Also wenn dir ein Auto auf dem Hof steht, ist er nicht so, ja das Auto ist wirklich super, also keine Probleme und so. Nächste Woche später liegt der Wagen im Sterben. Nein, er sagt dir wirklich, hey, willst du nicht einen anderen anschauen, der ist nicht so prickelnd. Weißt du? Und das, das finde ich wirklich cool. Es gibt viele Autohändler, die wollen dich halt aufs Kreuz legen, Hauptsache sie haben was verkauft. Äh, ich komme ein bisschen von der Fahrbahn ab. Ähm. Und er ist halt wirklich nicht so. Er hat eine kleine Garage natürlich, aber, jo, mich nicht. Der hat, war früher Vertragswerkstatt von Hyundai. Er repariert eigentlich alles. Du kannst ihm einen Hyundai oder einen BMW hinstellen, der macht alles. Ähm. Ja, ist geil bei Nebenliebehohen. Ich glaube, das passt. Weil ich habe keinen Bock hier dem hinterher zu kriechen. Ähm. Ja, werde ich mir ihn mal schnappen. Und da jeweils die Autos anschauen. Weil ich als treuer PS-Profi-Gucker, ähm, weiß so ein bisschen halt, wo man halt schaden muss, jeweils bei jedem Auto. Aber ich kenne halt die Schwachpunkte von so einem Impreza nicht. Klar, Getriebe, ähm, haben sie alle. Komm, Alter. Alter. Boah, Mann. 64 ist erlaubt. Ja, jetzt blockiere ich auch noch die rechte Spur. Ähm. Ja. Ne, also ich denke, es wird ein Impreza-Turbo. Das wird natürlich noch ein bisschen schick aussehen. Ähm. Werde ich mir aber schauen. Da gibt es schon. Ich habe einen gesehen, der ist schon ein bisschen getunt. Und der ist, Alter, ist der geil getunt. Der ist, äh, rot. Motorhaube, schwarz. Und das ist eigentlich schon hinten nach hinten durchgezogen. Bis hinten Heckklappe. Also, Motorhaube, Dach, ups. Heckklappe ist komplett schwarz. So wie auch die Reifen. Und das sieht so fucking awesome aus. Oh, ich muss dann eben vorbei. Schnell, 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 schnell. Komm, vorne reinziehen. Passt das? Ja, es passt. Muss passen. Ähm. Ja. Ist halt das. Aber ich denke nicht, dass das ein großes Problem wird. Weil die kriegt man für... Also ab 8.000, 9.000 Schweizer Franken kriegt man da was Anständiges. Halbwegs Anständiges. Weil... Vom Impreza Turbo gibt es ja auch ein Kombi. Und ich muss ehrlich sagen, auf dem Kombi habe ich nicht so... What the fuck. Habe ich nicht so wirklich Bock. Kombi... Hm. Notfallsmäßig, klar, nehme ich auch ein Kombi. Weil auch... Für ein Kombi sieht er nicht schlecht aus. Muss man ganz ehrlich sagen. Für ein Kombi ist... Sieht er nicht schlecht aus. Ist auch kein Riesenkoffer. Sondern halt so einfach so ein Impreza halt mit Kofferraum. So. Stellt euch vor. Impreza. Nimmst den Spoiler weg. Machst die Klappe. Wie wenn die Klappe... Wie wenn... 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 Wenn der Impreza schwanger wäre. Dann hätte er hinten halt so eine Beule. Also größer halt. Kofferraum, ne. So sieht der Kombi aus. Einfach so ein bisschen größer. Aber hat auch einen Spoiler, ne. Hat auch einen Spoiler. Nach dem... Nach dem Wischer Dingens... Nach dem... Wie heißen die? Ach... Ihr wisst was ich meine. Nach dem Wischer Dingern da. Unten daran hat es einen kleinen Spoiler. Und oben so einen Dachkantenspoiler in der Regel. Sieht für ein Kombi echt geil aus. Aber... Wenn es eine Limousine gäbe, dann... Nehme ich lieber die. Ganz ehrlich sagen. Ja. Klar, für einen Fahranfänger ist es vielleicht nicht das... Standardauto. Zwar nur PS. Aber ich finde es ist... In der heutigen Zeit... Vor allem... Ich bin Autofreak. Ich... Ich habe es meinen Eltern gesagt. Hey, ich brauche das Auto eigentlich gar nicht. Aber ich will es halt. Weil... Hallo, Autofreak. Ich... Denke an Autos, seit ich... Äh... Alter, bist du des Wahnsinns. Siehst du nicht, dass da hinten 50 Tonnen angeht... Äh... Knall kommt. Ähm... Ich... Liebe Autos, seit ich irgendwie geradeaus pissen kann. Nein. Das auch nicht. Seit ich... Seit ich steh... Seit ich laufen kann. Seit ich laufen kann. Seit ich aus... ein Fenster von unserem Auto geguckt habe. So. Seit da habe ich angefangen, die Autos zu bewundern. Ja, ist geil. Ich... Ja, ich finde das übelst geil, ne? Wenn rechts neben dir einer ist... Ähm... Schalten. Du kannst nicht ausweichen. Du kannst nicht überholen. Du kannst gar nichts. Du kannst ja so nicht, aber... Ne? Ich sollte immer auf die rechte Schwur mich einfällen. Äh... Nein, ich will nicht in den zweiten, vom achten. In den zweiten ist ein bisschen doof. Ähm... Ja, ich sage verdammt viel M. Hat mir letztens meine Tante gesagt. Falls du das siehst, siehst. Hallo, Tantchen. Ha. Ähm... Ja. Ähm... Ich bin wieder M. M, 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 M. What? Wat? Äh... Da vorne muss ich rechts. Rechts! Hier schon? Ne. Da vorne. Yay, Kreuzung ohne... Ohne Lichtsignal. Das ist super. Ich habe die... Wassertropf... Den Wassertropfen... Ist echt gerade für ein Auto gehalten. Ist das hier die richtige Spur? Ja. Ja, okay. Kamera ist Pflicht. Die werde ich auf jeden Fall aufstellen. Und wer nicht drauf sein will, der muss sich auf der Hinterbank... Und dann kommen halt... Zwei Leute noch mit. Zwei Kumpels kommen noch mit. Und der eine wird... Vor allem Kameramann spielen. Hat er sich schon freiwillig zugemollen? Zumindest ich halt nur noch... Ich hoffe, meine Eltern sehen das Video nicht, weil... Sonst kriegen die Schlaganfälle, wenn ich die Frage, ob ich mit einem Auto mal fahren kann. Doch so passt es eigentlich. Das ist jetzt nur noch geradeaus nach hinten. Oder weniger. Genau. Wir werden halt da mal hinfahren. Ihr könnt uns sicher auch treffen, wenn wir wahrscheinlich so ein kleines Abo-Triff machen. Ich bezweifle zwar... Ich bin übel schräg. Ich bezweifle zwar, dass irgendeine Sau auftritt... Da auflaufen wird, aber... Wir können sie mal machen. So. Ja, aber ich habe ein bisschen was verbraucht. Weil ich immer Knallgas gegeben habe. So, wir haben 64.000 Schweizer Franken. Fast 65.000 verdient. Und wir können skillen. Was skillen wir denn? Hochwertige Fracht. Weil das gibt mehr Money. Alles gibt mehr Money. Yo. Das war es eigentlich von diesem Let's Drive. Live mit mir. Wie gesagt, weitere Themen in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und einen Kommi. Und ja. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Und haut rein. Hi Manuel. Bis dann. Tschüssi. Kowski. Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.